ARD Text im Auftrag von Funk Yo, tot Gerade mal das Supporter-Shirt-Buddle gegönnt Daywalker, Alter Du schlägst aber ganz schön zu, wa? Also, wie gesagt, du hast gestern schon viel rausgehauen, heute wieder Nicht, dass du da übertreibst, aber vielen Dank natürlich Das war mit 50 Zuschauern weltweit der Erste, denke Ja gut, die Amis sind gerade nicht online, aber trotzdem, schon krass Du musst einiges nachholen Wo warst du überhaupt Daywalker genau? Was war denn überhaupt da? Hast du das gestern genau erzählt? Warst du... Stimmt! Ach, Daywalker, wie gesagt, das ist halt das Bild, was mir fehlt Wahrscheinlich bist du im Kino eingepennt, wa? Du warst doch derjenige, der sich 15 Filme am Wochenende reinzieht oder so Möge die Macht mit und sein! Was geht, Jordan? Ach so... Ja der guckt wahrscheinlich Jamie am... am Handy hier... Strecke eigentlich nicht mit Das werden wir alle sind Das ist das beste Will Die Supporter das Will Die Supporter das Will Dom Wie? Ich weiß nicht, Dom wie? Wird das so ausgesprochen? Ich sag einfach nur Dom, um sicher zu gehen Haupten Stuwe 1 Sub raus, einfach mal so Fröhlich, weil er geil ist Willkommen bei den Supportern Vielen, vielen Dank für die Unterstützung Danke dir Vielen, vielen Dank, Mann Die Herzen kommen schon überflogen für dich Was geht, Rickysnake? Schön, dass du was Geht's dir gut? Ja, Freunde, damit sind wir 40 Subscriber Einfach mal 40 Subscriber Wenn das so weitergeht, haben wir Youtube schon verdoppelt Vielen Dank für die Unterstützung Bin im Kino eingeschlafen und erst nach 6 Monaten Ich bin Captain Cinema Ja, ohne Scheiß Ohne Wiss Ich glaub so, Daywalker Ein paar Wochen, nachdem man dich nicht mehr gesehen hat Hab ich das sogar noch gesagt Ich glaub, ich weiß nicht mal War das im Stream oder so Weil ich mich dann gefragt hab, wo ist der, wo ist der, wo ist Daywalker Der ist doch bestimmt im Kino eingepennt Oder sowas Irgendwie so Ja Schon wieder ein Levelaufstieg Juuu! Mir geht's auch super, Ricky. Stimmt, wir haben einen Pandem-Daywalker. Au, 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 au. Gehst nur noch 50 mal ins Kino. Ich war einmal im Kino. Die letzten 10 Jahre. Sebastian, bist du wieder wach? Hallo, Sebastian, hörst du mich? Du musst aufwachen, es ist mitten am Tag, Sebastian. Wapp, ich kann nicht. Ich hab keinen PC, nur PS4 und mehr. Ja, hab Leute, auch mit Schädigsten ja. Oh, jetzt sind wir schon 60, Zuschauer. Was ist da los? Die Leute kommen hinzu. Die Leute kommen hinzu. Oh, jetzt sind wir schon 60 Zuschauer. Was ist da los? Schießt Bruder! Ich dachte schon kurz, dass ich ihm dazwischen gegangen wäre. Geilste Granate aller Zeiten. Alles Bescheid. Der Punkte-Hustler ist zurück. Das ist eine Aula. Das ist eine Aula. Möge die Macht mit uns sein! Schützbereit! 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 Ohohoho, die kleine! Arme Sau! Alter, diese Waffe rasiert! Ich bin tot! Das ich jedes Mal hatte! Kiyaguni, hoste dich! Dankeschön! Schützbereit! Schützbereit! Habe die Kampfläufer getroffen! Hab ihn aber nur gekitzelt! Treffungonen! He! Treffer! Wir leben und sterben für die Freiheit! Weck hier! Oh, Red Dead Redemption-Feeling hier! Hey du Feigling! Was hast du vor? Feigling? Was hat er gesagt? Feigling? Ich selber wollte nicht fallen. Ich häng fest, Junge. Mist. Ich bin bereit. Haltet die Stelle auf! Dammeln Soldaten! Wir halten die Stelle auf! Einer der Kampfläufer ist getroffen, aber er steht noch. Okay, einer ist getroffen worden. Ja, ja, ja. Das war knapp. Der Kampfläufer ist in Angriffsreichweite! Zurück zu den Hangars! Wir stellen uns dort im feindlichen Angriff! Ich evakuieren, Leute, aber der Feind schickt Bodenpumpen! Verteidigt die Hangars! Wenn wir hier verlieren, sitzen wir im Freistofflager in der Falle! Schnell weg hier! Ach, ich dachte ich hätte voll die Punkte! Diesmal nicht irgendwie! Nein, ich will Hanzo sein! Mann, ey! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Go! Tanks! Na komm schon! Na komm schon! Scheiße! Hallo! Der Boss lässt sich erstmal fass... sich ab... Was?! Darf ich ein Held sein? Ich darf kein Held sein! Ich darf kein Held sein! Wir helfen gemeinsam! Das ist so gemein! Ich darf kein Held sein! Möge die Macht mit uns sein! Vorwärts! Was war das denn für ein Geräusch? Ich hör auf den! Ich kenne das Junge ohne Scheiss! Ich hab grad ne Klasse gekauft! Ich hab' grad ne Klasse gekauft! Ich hab' grad ne Klasse gekauft und dann sterben sofort! Das ist immer wieder bitter! Alter, ich wollte die gar nicht zünden, Mom-Up-Stehung zündet, ich Idiot. Es heißt, die Sorgen bleiben die immer fern. Was geht, Jack? Ach, Mist, jetzt hab ich den Chat gekauft. Was geht, Jack? Ich darf immer noch kein Hedge spielen. Für die Rebellen, Leon! Gammeln, dein Garten! Wir halten zusammen! Lohnsituation im westlichen Hangar! Maaan! Und wieder ein Upgrade, wieder ein Level-Upgrade! Ey, das ist doch unfassbar, Alter. Wann kommt das Clow-Moss-Update? Ich weiß gar nicht genau, hat das schon ein genaues Datum eigentlich? Oder wenigstens einen Monat? Werfe Granate! Beschwing das online! Selbst Jedi sind nicht so mutig wie hier! Oh, Alter, die Waffe ist zu krass! Die ist einfach zu stark! Ich hab Boba Fit einfach so auseinandergenommen. Er hatte gar keine Chance. Oktober? Oktober? Oh Nein, Mist! Ich bin bereit! Ja, äh, Fanarin, Soberarmi hat gestern 15 Abus oder so verschenkt. Der ist komplett eskaliert. Wir kämpfen für das Leben! Und wir haben für die Freiheit! Bleib zurück! Wie haben die das bitte noch? Hallo, wir gehören zu dir! Er rafft gar nichts! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Oh Gott! Ich bin bereit! 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 Bruderherz! Oh mein Gott, alter! NEIN! Alter, was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab, alter? Schnell doch auf Oberkommando! Was geht denn jetzt ab, alter? Die Rebellion wird heute nicht besiegt! Ah, der Femmerel eskaliert gerade ein bisschen. Ah, der Femerel eskaliert gerade ein bisschen. Ja, der Femmerel! Ja, der Femmerel! Ja, der Femmerel!